Hey Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde Syndicate Games mit dem Maudadu heute. Hallo. Hi, wir haben es ja schon auf deinem Kanal mal gespielt. Richtig, du sagst immer ewig keinen Herr. Ja, und es ging auch in die Geschichte ein als das krasseste Match überhaupt. Richtig. Schweißgebadet kamen wir aus dem Server und haben danach geweint wie Männer. Weil es einfach so emotional war. Wo bist du? Ich will dich töten. Was? Ich habe gedacht, nach letztem Mal wollen wir das nie wieder tun. Doch, doch, das müssen wir leider. Müssen wir leider. Müssen wir? Ja, muss man leider uns so einen Scheiß töten. So ein langweiliger Kack wieder. Warte mal, ins Wasser springen, das habe ich doch nie gemacht in Minecraft. Oh, nee. Doch, in Varro glaube ich einmal. Ja, in Varro hast du Wasser gesetzt, damit Kaskraft dich töten kann. Richtig, damit er eine Chance hat, weil das war ein bisschen unfair, habe ich das Gefühl gehabt. Was hast du denn da oben? Hey. Na, komm schon. Ich habe kein Schwert, ich habe kein Schwert. Äh, warte. Ähm, ich habe aber Pfeile. Au, fett. Wieso bin ich blind? Wegen meiner Granate. Guck mal, ich gebe dir voll die Chance, nur du zermetzelst mich einfach. Okay, gut, 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 gut. Alles klar. Hallo. Alles klar, Maudado. Ja, ich hoffe, ich finde noch ein Schwert. Ja, das hoffe ich auch für dich, weil, äh, sonst... Wieso ist meine Ender-Perle nicht, wieso hat sie nicht funktioniert? Ja, das war eine Granate, eine... Oh, ne. Ich habe mich irgendwo zu dir... Ich bin blind, ich bin blind. Du bist blind? Ähm... Ja, die macht einen blind. Aber ich sehe dich nicht. Jetzt sehe ich wieder was von dir. Jetzt sehe ich wieder was. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Guck mal, was ich hier habe. Ich habe hier ein Schwert. Ich habe hier ein Schwert. Und du hast auch einen Helm oder sowas, ne? Das ist auch ziemlich nett. Ja, der Helm, der macht den Unterschied. Ich gehe jetzt auch erstmal einen Helm suchen, ey. Okay. Okay. Ja! Verdammt, ich hatte so wenige Herzen vom ersten Kampf. Oh, ja, ich hätte dich auch nicht getötet. Hättest du voll nicht aufgemuckt. Aber du hast ja da mich blind gemacht, mein Erstgeborenes gegessen. Weggerannt. Ja. Ja, würde ich sagen, nächste Runde. Auf geht's. Warte, ich fordere dich wieder raus. Ja. Hast du eine Wunsch-Map? Ähm, die Zirkus-Map. Den Zirkus, den mag ich. Genau. Da gibt es eine Manege, da kann man Tricks machen, da kann man sich freuen. Oh, ich sehe gerade das erste Mal, du hast einen Besen auf deinen Rücken. Ja, ja, ja. Viele denken immer, das ist ein Schwert, aber naja, es ist ein Besen. Jeder, der dich kennt, weiß, dass es ein Besen ist. Richtig. Alles Noobs. Ja, du weißt es wirklich, oder? Ja. Ich glaube, ich habe Bergmann die Story erzählt und er dachte, ich habe einfach nur einen Scheiß irgendwie erzählt. Glaube ich. Ich habe ja früher deine Videos auch geschaut. Richtig. Ich habe sie ja größtenteils nur für dich gemacht. Richtig. Dann kommen die anderen zu... Oh, warte mal. Mir fällt gerade auf, es gibt immer eine Startkiste, ne? Die habe ich, glaube ich, voll übersehen. Oder nicht? Nein, habe ich nicht. Oh. Holly, überfordert. So. Ich finde es immer schade, wenn man kein Schwert findet. Ja, ich finde es auch sehr schade. Du bist hinter mir, oder? Wenn man fünf Level hat. Und sie nicht ausgeben kann, weil man kein Schwert hat. Warte, wo ist ein Schwert? Nee, ich bin nicht... Oh mein Gott. Nein. Hast du mich gesehen? Bitte sag es. Bitte sei ehrlich. Einmal in deinem Leben. Einmal in deinem Leben. Ja, ist voll lieb. Sei einmal... Ehrlich. Ich sehe hier niemanden. Wo ist... Hä? It's magic. Oh, oh. Wo ist er denn? Bist du gerade echt abgehauen? Nein, ich bin... Äh, weiß nicht. Ich habe meine Apps Absicht weggeschaut, Holly. Ich wollte gerade ein Stück Fleisch auf den Boden werfen und dich anlocken. Hä? Okay. Hast du mich gerade fett genannt? Nein, aber... Hä? Nein. Was hat das damit zu tun? Heißt das, Menschen, die essen, sind alle fett? Ja, größtenteils. Hast du schon mal... Hä? Ich suche gerade ein Schwert. Ich habe keine Zeit, um logisch nachzudenken. Warte mal. Erstmal esse ich jetzt vergammeltes Fleisch. Das ist immer gut. Das ist immer... Du hast ja hier alles schon gelootet. Ja, du bist gerade da, wo ich gespawnt bin. Ich habe gerade deinen Namen durch das Circus-Set gesehen. Okay, das ist natürlich richtig sexy. Ja, ich glaube, mittlerweile dürftest du wieder ein... Hast du ein Schwert mittlerweile? Ich habe ein Schwert mittlerweile. Okay, dann kann ich dich ja ohne schlechten Gewissen angreifen. Aber ich bräuchte noch eine Rüstung oder sowas. Ja, komm, Rüstung. Hier, hier, Holly. Hier. Was? Hier, holst du hier. Nein. Holst du hier. Nein, keine Zeit. Muss weg. Muss hier Sachen erledigen, hier drüben. Holst du hier doch. Nein. Ah! Du hast doch ein Schwert. Nein. Wieso? Was ist das? Ist das eine Granate oder was? Das sind Enderperlen. Das sind Enderperlen. Das sind Enderperlen. Mit dem volles Licht tun. Alter. Ich war gerade... Oh, nee. Oh, nee. Jetzt habe ich es vorbeigeworfen. Ah! Das war schlecht. Ey, das gibt es doch nicht. Ich finde hier ganz tausend Sachen, aber kein einziges Schwert. Ich bin schon irgendwie Level noch was. Hi. Hallo. Oh. Du kannst es ja mit der Fuss... Nein. Blend. Verdammt. Als letzte Tat in seinem Leben hat er mir noch meine Augen kaputt gemacht. Ich habe ganz halt ein Schwert gesucht. Ich war irgendwie Level 8 oder sowas. Verdammt. Das nochmal geboostet und dann bam. Ja, 1-1 geht's. Das ist als richtig schade, wenn man kein Schwert findet. Nee. Auf geht's. Fliegende Inseln? Oh ja, die ist auch ganz nett. Falls mir nicht wieder runterfallen. Tju. Okay. Bist du bereit? Okay, auf geht's. Ja, ich bin bereit. Nein, es ist ein Schwert. Okay. Soll ich schon mal sein? Okay. Holly hackt. Ja. Achso, ja. Du musst noch warten, weil du nicht Premium bist. Was bin ich nicht? Weiß ich nicht. Gedacht. Wenigstens hier wäre es Premium. Zack. So. Und jetzt gerne ein Schwert zum Mitnehmen. Alles in Fettig. Hoppa. Gott. Wie kommt man über Zäune? Gar nicht, ne? Kann man nicht. Nee, nee. Dann müsstest du vom anderen Block drauflaufen oder springen oder... Okay. Ich hab dich schon gesehen. Das wäre schade, wenn das jetzt so schnell endet. Weißt du, du bist da oben hier. Hi. Hast du denn ein Schwert? Ja, wo bist du? Ich hab dich hier gesehen. Dein Name schlicht hab ich gesehen auf jeden Fall. Hier. Oh. Was? Hallo? Ja, nee. Ich hab gerade nur festgestellt, dass du hier schon mal gewesen sein musst. Oh. Ja. Ich würde nicht nach oben gehen, Maudado. Ich würde nicht nach oben. Nein, denn ich bin hier drüben. Hi. Ich seh nichts. Ja, ich hab dich blind gemacht, Holly. Ich hab deine Augen gelähmt. Muss ich jetzt die Augen zumachen, damit's echt ist? Nein, nein. Oh Gott. Komm schon her. Komm doch her. Die Kiste hatte ich schon da drüben. Na los. Zeig dich doch, mein Lieber. Du brauchst keine Angst haben. Es geht ganz schnell vorbei. Ganz schnell. Ich hab Angst. Immer wenn ich nachts schlafe, hab ich Angst, dass Holly kommt und mich töte. Ja, das haben viele. Komischerweise. Na, ernsthaft, haben viele. Ja. Wenn man noch googelt, dann gibt's viele Beschwerden bei gutefragen.net. Ja, dann bei gutefragen.net gibt's auch die besten Antworten. Und die besten Fragen. So. Ach, guck mal wie du flüchtest einfach da. Von Insel zu Insel, du. Okay, alles klar. Ja. Ich hab gedacht, das könnte ganz gut sein, wenn ich ein bisschen Leben regeneriere und hab jetzt auch wieder Volles. Scheiße. Davor hatte ich nur noch ein halbes. Nein, kein halbes, sondern weniger. Äh, mehr. Ja, genau. Weniger als ein halbes. Oh, nein. Nein. Was? Ach. Weiß nicht. Was denn? Ach, du bist runtergefallen. Ich hab immer Mitleid mit Leuten, weißt du? Ich will sie nicht töten, weil es so Spaß macht. Was? Boah, es macht Spaß, sie zu quälen. Ja, okay. Es kommt falsch rüber. Ein bisschen. Ein ganz bisschen. Heiaiaiaiaiaiaia. Heiaiaiaia. Ja? Bist du runtergefallen? Ja, ich bin runtergefallen aus Versehen. Oh, nein. Nicht schon wieder. Glaub dir nicht. Holly, manchmal, manchmal denke ich, du lügst. Und dann stehe ich fest, du lügst. Ich dachte, du gehst runter. Ich bin nämlich genau unter dir, ey. Da wollte ich dich voll fett wegbämsen. Aber dann bist du anders langgegangen. Du wolltest mich bämsen? Ja. Okay. Okay, so, pass auf. Pass auf, mein Lieber. Ich finde ihn nicht noch. Ich finde dich noch. Ich finde dich noch. Tust du das? Was? Oder tust du das nicht? Vielleicht will ich auch nicht gefunden werden. Ich weiß nicht. Schnecken sind sehr scheue Tiere. Würdest du bitte aufhören damit? Womit? Die ganze Zeit wegzurennen mit deinen Enderperlen? Ich renne nicht weg. Ich bin doch noch da. Hallo, Holly. Da bist du. Au, verdammt. Was ist das für ein Bogen? Der macht ja alles weg. Macht alles weg? Kein Leben mehr. Alles weg. Ah! Ich bin... Yes. Oh. Holly? War auf zu fliehen. Nein. Oh, Mama. Oh, Gott. Wie knapp war der? Sehr knapp. Viel zu knapp für meinen Geschmack. Oh, Likowski. Nein. Ich lese... Oh, Gott. Nein, ich hätte dich holen müssen, ey. Ich hätte dich holen müssen. Scheiße. Hier geht's gar nicht weiter. Scheiße. Ah, komm schon. Ich will treffen. Schön. Hä! Ich hab... Oh, oh. Oh, du hast besser verrüstet. Nein, 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 nein. Ich hab dich so aufgetroffen. Verdammt. Nein. Ich hab dich getroffen. Stirb. Stirb. Ich lebe noch. Okay, ich bring mich um. Sprich. Holly, für dich. Für die Liebe. Schön. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss lernen, kein Mitleid mit anderen Spielern zu haben und sie gnadenlos zu töten. Das passiert mir aber auch immer wieder. Ja. Ich geb immer wieder den Spielern, wenn sie kein Schwert haben und ich hab zweites Schwert und dann töten sie mich. Echt? Oh. Aber ich wollte irgendwie deine Sachen nicht annehmen, als du es mir angeboten hast. Du hättest mich wahrscheinlich getötet, was? Ja. Vielleicht. Wer weiß. Dann wisst ihr jetzt, was Maudado für ein Mensch ist. Dann checkt ihn aus auf seinem Kanal und dann seht ihr, welche grausame Kreatur er ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.